Willkommen bei «Du oder ich?» Heute mit Sandro Brücker und Melvin Merola. Wer ist besser im Dart? Ich glaube, ich bin es. Nein, ich. Wieso? Letztes Mal habe ich gewonnen. Letztes Mal habe ich auch gewonnen. Also sagen wir 50-50. Ausgeglichen. Ja. Also ich glaube, das ist ganz klar der Merola. Ganz klar. Auch wenn etwas nicht läuft, wie ich will, der flippt auch. Ich glaube, dass ich immer komme. «Gottfach dämme!» «Gottfach dämme!» «Bitte!» Ist das so? Ja. Ja. Wer kann die bessere Witze erzählen? Ich glaube auch, Merola. Was? Doch. Wirklich? Ja. Ich bin nicht so der, der gut Witze erzählt. Ja, aber du bist lustig. Ja, lustig, aber nicht mit Witzen. Ja, ist lustig, aber ich kann keinen Witz erzählen, aber es ist wirklich lustig. Ja. Ja. Ich kann schon, ja. Ich habe schon ein paar Witz. Gute Witz. Ja. Wer ist der beste Name für einen Russischen, der im Wald wohnt? Dimitri. Wer ist mehr im Internet? Ich denke, beide. Ja, beide. Aber sehr viele. Viele. Ja, viele. Ja, viele. Womit? Alles. Ja, alles. Instagram. Lustige Videos. Sport. Ja. News. News, ja. Börse. 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 Börse Fisch. Ja. Wer fährt besser Schlittschuhe? Oh ja, ich. Ja. Ich? Sandro, ja. Ja, ich habe auch ich. Sandro. Er hat eine bessere, wie sagst du das? Bessere Qualität. Weisst du, ich bin ein... Ich bin mehr der, der geht... Und er ist mehr der, der ein bisschen mit Gefühl Schlittschuhe fasst. Danke. Bitteschön. Wer hat der schöner Schnitz? Ah. Ja. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Da sieht man da, ich bin ein Franzose. Ich habe sehr gerne Baguette. Du redest gut Deutsch, oder? Danke. Wer verreist mich? Ich glaube, Merola. Ja. Melvin. Ja. Er ist sehr viel unterwegs auch. Ich weiss noch, immer wenn wir Nazi-Pause haben, also jetzt nicht, aber früher in Fribourg und so, er war immer im Aufsland. Aber du hast auch gerne? Ich habe auch gerne. Aber er ist sehr gerne am Shopping machen. Wegen dem, er ist viel auch in Mailand, in Paris, ein bisschen Shopping halt. Ja, genau. 100 Prozent richtig.